Hallo, ich bin Gaby Becker und ich möchte dich ganz herzlich einladen zu meinem nächsten Seminar Radikal-Ich-Sein. Die meisten stehen da so ein bisschen davor und rätseln, Radikal-Ich-Sein, was soll das heißen? Und dann auch noch Radikal-Ich-Sein ist ja ganz okay. Also Radikal-Ich-Sein heißt tatsächlich alles loslassen, was nicht wirklich zu dir gehört. Und damit meine ich Glaubenssätze, die du hast, Denkmuster, die du mit dir rumträgst, Erwartungen, Vorurteile, Vorstellungen, Ideen über die Welt und wie die Dinge so zu sein haben. All das ermuntere ich dich anzugucken. Und wenn du damit anfängst, dann wirst du merken, dass das Leben tatsächlich noch ein bisschen anders ist, als du vielleicht gedacht hast. Auf jeden Fall ist dieser Prozess unglaublich guttund und er wird dich ein großes Stück mehr zu dir selbst bringen. Und das ist eben genau das, was ich meine mit Radikal-Ich-Sein. Radikal-Du-Selbst-zu-Sein heißt nicht böse zu sein, es heißt nicht unfreundlich zu sein, es heißt einfach zu erkennen, was du wirklich bist. Und das auch zu leben. Und das lernst du in meinem Seminar. Ich hoffe, du bist dabei.